So, hier kriegt man genau erklärt, wie man Wasserski fahren muss. Der Matthias fährt heute auch zum ersten Mal. Ich bin schon öfters gefahren. Es macht einfach easy viel Spaß. Macht richtig Spaß macht es. Er erklärt schön, wie man die Wasserski, wie man raus startet. Macht er ganz genau. Muss das extrem eng sein? Ja, es soll schon richtig eng sein. Dann machen wir vielleicht noch eins weiter. Noch eins enger. Hier ist der Fahrer. Er macht alles.